Sie können das Mikrofon hochziehen, glaube ich, oder? Ja, die Abgeordnete von der Linken hat gerade die AfD als rassistisch bezeichnet. Dazu muss ich bitte jetzt genau hinzugucken, wer jetzt klatscht. Wer sozusagen demokratisch gewählte Kollegen als rassistisch verunglimpft in Deutschland, wo der Begriff Rassismus mit Millionen Toten verbunden ist, mit dem Antidemokratischen, was man sich nur vorstellen kann, da gehen Sie so leichtfertig damit um und beklatschen das auch noch. Ich hoffe nur, dass die Kameras jeden Einzelnen aufgenommen haben, der da geklatscht hat. Es gibt kein... Sie haben damit über sich selber einiges ausgesagt, über Ihre parlamentarischen und demokratischen Grundgeflogenheiten. Wir weisen das auf jeden Fall aufs Schärfste zurück, in diesem Fall und in jedem anderen. Frau Kollegin Buchholz, Sie können erwidern. Vielen Dank.